Oh, zu spät, immer wieder das Handy aus, na super. Ich glaub's ja wohl nicht, aber... Oh Gott, ich erschieße mich. Oh, hör zu, ich war gerade auf dem Weg hier... Hey, hey, hey! Wenn deine Ausrede das Wort Martin enthält, dann schmeiß ich dir dieses Buch an den Kopf. Oh, Wolf. Der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter zehn Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich habe bereits ein Kind verloren. Zweites Mal überstehe ich das nicht. Leichterspricht, hm? Machst du das wieder? Nein, 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 nein! Nicht schreit, bitte hier! Hör mal! Nicht vorwarte das Geld. Du machst sie jetzt mal hübsch, mach dich frisch, zieh dich an, komm, zack! Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen. Das ist egal. Hier, das für dich. So kann ich nicht rumlaufen. Ich sehe aus, wie er... Du siehst sexy aus, verdammt nochmal! Das weißt du ganz genau. Stell dich mal nicht so an! Vielleicht fällt's auf! Das ist egal, wie ich sieически so anziehen! Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Ich gehe. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Bis zum nächsten Mal.